Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde SVL Replaycast. Ja, wir sind zurück zu Division 1. Ich mache eigentlich gerade die ganzen Matches. Also das sind alles Matches aus dem Spieltag Nummer 6, Division 1 und 2. Und ja, wir haben als nächstes den Protoss von Berlin E-Sports Club. Es ist Holy Hit. Den hatten wir auch schon in Nicht-SOL-Casts ein paar Mal. Der war immer wieder mal in den WCS-Turnieren dabei in den letzten Jahren. Und der spielte gegen den Terran hier in Gelb bei Bremen E-Sports. Es ist Chaos. E-VT also. Und wir kriegen eine Rip-Expansion gegen eine Gateway-Expansion. Sehr wahrscheinlich. Da ist auch noch ein STV unterwegs. Bro ist hier unterwegs. Also es gibt ein bisschen Ärger. Sehr gespannt, was wir hier kriegen. Holy Hit manchmal hat er schon sehr spezielle Sachen. Spielt sehr, sehr gerne gegen Terraner. Einen Blink-DT-Bild, also die DTs mit ihrem Shadow Stride. Die dann eben versuchen auf die Bio drauf zu blinken und dann möglichst schnell alles auseinander zu säbeln. Also quasi ist es eine Kombination aus Salads und DTs mit Blink. Und läuft dann eben so ab, die DTs blinken hinter die Bio, dass sie nicht vorne vor den Salads weglaufen kann. Dann nimmt man wirklich die Bio in so eine Grätsche. Und die kann dann nichts tun, außer, ja, zerstückelt werden. Zwischen den wirklich High-DPS-Einheiten. Wenn der Terraner nicht mehr kiten kann, ist die Bio nicht mehr ganz so gefährlich. Das ist schon so ein Punkt. Aber mal sehen, was Holy Hit hier wirklich vorhat. Erstmal Chaos eben unterwegs mit seinem Reaper. Da kommt noch Marine mit dazu. Beide expandieren, wie gesagt. Und die Initial-Worker haben das auch überlebt. Es ist noch nichts verstorben in diesem Match. Da kommt der Adapt als Defensive. Da ist eine Wall gebaut und der Reaper nicht reinspringen kann. Das heißt, er muss über die Rampe reingehen. Und da kommt ein Twilight Council schon mal. Also die Richtung, Richtung, die T-Z ist auf jeden Fall nicht ganz verkehrt. Schauen wir mal. Momentan 2, 3, 2 und 3 im Gas. Die Probe sind dann nochmal durch die Mine weggeworfen. Und der Reaper wollte dann Probe-Kill. Kann man doch nicht ganz ran. Versucht den nächsten Probe-Kill. Der Reaper ist aber schon angeschlagen. Muss da durchaus aufpassen, dass er da nicht... Ah, jetzt regeneriert er aber. Hätte vielleicht den Probe nochmal kurz reinlesen sollen. Dann hätte der Reaper nämlich keine Regeneration mehr. Aber eben, der Reaper kommt die nicht raus. Und somit der Deppmann nochmal einen Attack und macht nochmal Attack. Oh, acht Hit-Points auf dem Reaper. Und der Reaper... Oh, der Reaper bleibt stehen. Damit kommt er nicht dran vorbei. Jetzt ist die Kurve. Ich glaube, ich bin fast ein bisschen zu eng. Aber er bekommt holiert den Reaper. Er verliert keine Probe dran. Das Twilight Council wurde allerdings gesehen. Ich habe beide auszusehen, dass das Tempo verlangsamt. Die Probe hier war nochmal unterwegs. Und ja, vorne gibt es einen Bunker. Der ist auch schon fertig. Da sind Marines drin. Factory ist fertig. Und da kommt dann eine Doppelrex. Würde meins ebenfalls. Danach der Starboard. Das heißt, man kann mit starken Drops anfangen. Und da... Ja, toll die Hütten mit dem Dark Shrine. Dark Shrine und Robo. Da kann man mit DTs das Wasser testen. Und danach trotzdem eben noch ein Ligitier-Blinkbild nachbauen. Und wenn das in der Red wird einfach hart fokussiert. Oh nein, aber jetzt das Fokus... Er wird gerade geswitcht aufs Command Center. Ah, Chaos mit dem leichten Missklick. Klar, der war in der Nähe. Und auszusehen dann das CC angeklickt. Das ist natürlich unschön. Das wäre ein sicherer Kill gewesen auf dem Adapt. Die DPS hätte locker gereicht. Somit das Ding lebt noch. Kommt erstmal zurück. Und währenddessen die Robo ist fertig. Dark Shrine wird fertig. Dadurch, dass der Reaper nicht mehr lebt, auch keine Möglichkeit für Chaos das zu scouten. Außer er scannt. Und da kommt jetzt ein Drop mit rüber. Währenddessen ist Dimm unterwegs. Und das soll dann ein Widermind-Drop geben, so wie es aussieht. Weil Widerminds sind halt nicht so wie Spider-Minds. Spider-Minds sind auch effektiv gegen getarnte Einheiten. Die explodieren trotzdem. Widerminds hingegen, die haben keine Ahnung. Wenn keine Detection da ist, sehen die Widerminds nicht. Wenn was Unsichtbares rumschleicht. Daher die Widerminds sind jetzt nicht so hilfreich gegen DTs. Ohne einen Scan. Aber hilfreich eventuell gegen das Warp Rhythm. Wenn das den Shot abkriegt, ist es schon ziemlich angeschlagen. Und ist dann relativ leicht zu snipen. Aber jetzt geht erstmal, wer ist die DT-Warpin? Oder auch nicht. So, ein Holyhead entscheidet sich. Das ist der Holyhead-Bild, wie ich ihn kenne. Das ist Charge und das ist DT-Blink. Warum wird das nicht als Logo angezeigt? Weil das wahrscheinlich nicht implementiert ist im Add-On. Das ist auch super. Das hat es nicht mit reingeschafft. Ja, Shadow's Child auf jeden Fall unterwegs. Genauso wie Charge. Das ist genau die Kombo, die man braucht. Währenddessen hier geht es los mit DT in the Natural, DT in the Main und die Schmerzen für Chaos nehmen zu. Denn, ja, sein Widermind-Drop ist gerade unterwegs. Und es ist mit Marines auch noch dazu. Und die Widerminds haben schon geschossen. Es sind... Was? Wo? Okay, wir müssen das auf jeden Fall... Es geht sehr viel ab. Warum verlieren beide gerade Worker? Denn die T nicht in the Main, das zäbelt sich doch. Währenddessen kam aber der Drop in the Natural an. Und das war eben Chaos-Fokuspunkt. Und da hat nämlich Holyhead nicht reagiert. Das heißt, hier... Oh ja, DT-Widermind war das. Acht Kills. Marines sind auch da. Das heißt, es sterben auch einige Probes. Aber es sterben auch einige SCVs. Und somit bei beiden leidet. Das Meinung ist beim Terran leidet auch die Production. Also mit DT's sind hier drin. Die SCVs sind alle geflüchtet. Nämlich zum Bunker, wo gerade ein Missletoid geschraubt wird. Damit zumindest die Position safe ist. Aber die Mainbase leidet trotzdem an den DT's. Und Scan ist eine verfügbar. Aber es filtert auch die DPS, um das in den Griff zu kriegen. Wenn das denn hier... Marines und Widom 1 wurden gekehrt. Es hat 14 Probes gekostet und 10 SCVs. Aber hier wurde schon mal das eine Gebäude zählt. Hier wird einfach die Production zerlegt. Die DT's haben noch nicht mehr blinkt. Plus eins noch unterwegs für den Terraner. Und die Barracks hier, die ist auch nicht mehr zu retten. Da kommt es dann Scan, aber es ist eben Warpuss dabei, um DT's easy da rauszuziehen. Stim-Widermind wird zwar gezündet, aber hilft in dem Fall für Chaos nicht. Er hat jetzt sein ganzes Mining auf die Nettriff versammelt. Er hat jetzt einen Bunker, der leer ist. Und eben Holyed wird nachsetzen. Er blinkt die Tee und... Oder halt... Ja, die Tee blinkt so rum. Und Charge. Da kommt auch schon der nächste Warp hin. Da laufen die anderen drüber. Holyed weiß genau, was er vorhat. Auch wenn er da Worker verloren hat. Er hat das nachproduziert. Und wird einfach die nächste Welle starten. Und Chaos' Army Supply ist halt schon ziemlich angeschlagen. Er hat den Bunker, aber gegen die DPS wird er das nicht lange aushalten. Für den ist eben seine Production auch limitiert. Er hat noch eine Barracks, eine Factory und ein Starbuck. Sein Plus Eins wird vielleicht noch fertig werden. Aber der Observer hier zieht bereits die Wall. Und ja, da kann die Party losgehen. Shadow Strider ist da. Charge ist da. Und ich sehe gerade nicht, wie Chaos das überleben will. Weil auch die SCVs waren einfach... Das wird ein Gemetzel gegen die SCVs. Sobald die hier in den Fight ziehen. Das macht überhaupt keinen Spaß gegen so viele DTs. Ja, DTs. Genau das ist der Move. Blink hinten rein. Die SCVs blocken es da vorne. Die Salads aber hinten drin. Die DTs saveen alles drauf. Und Chaos lacht da auch drüber. Er wusste, dass da nachgesetzt wird. Und eben das Chaos mit DTs und Widow Minds. Da hat eben einfach Chaos mehr dabei abgekriegt. Und Holyed hat dann einfach easy nachgesetzt. Und das war dann ein leichtes, da drüber zu pushen. Somit 1-0 an den Protoss. Und wir gehen in den Map Nummer 2. So, Map Nummer 2 beginnt gleich. Die beiden Worker treffen sich da einmal in der Mitte der Karte. Und gehen wieder auf ihre Scouting-Tours. Huren. Und wir werden abwarten. Was passiert, spielt Holyed einfach wieder eiskalt. Die Tees hat Chaos vielleicht einen anderen Plan. Das wird sich zeigen. Jedenfalls beginnt ganz normal mit einer Barracks und einem Gateway. Das ist in diesem Matchup üblich. Das kann man ja schlecht was anderes machen. Man kann als Boros noch Kennen spielen. Und das Terraner, die Barracks-Proxy. Bei den Proxy-Gates theoretisch funktioniert ja auch. Gibt es ja auch. Und aber quasi nie. Weil es gegen Terraner nicht wirklich Sinn macht. Denn quasi das sinnvollste Proxy-Gate, das man spielen könnte, wäre In-Base. Aber da der Terraner grundsätzlich sein erstes Gebäude schon an die Rampe klatscht, zieht er auf jeden Fall, wenn was die Rampe hoch will. Entsprechend ist In-Base ein Ding der Unmöglichkeit. Oder es sollte ein Ding der Unmöglichkeit sein. Außer ein Spieler scoutet wirklich überhaupt nicht, was die Probe da treibt, in seine Base reingefahren ist. Also das sollte wahrlich nicht passieren. Und eben, wenn man einen Proxy-Gate so baut, dann haben alle Salads, die gegen die Terraner-Wall laufen und gegen Einheiten kämpfen, die kiten können. Nämlich sobald der Reaper draußen ist, haben die Salads nichts mehr zu melden. Es dauert zwar, so einen Salad tot zu kriegen mit einem Reaper alleine, aber ja. Es funktioniert einfach nicht. In der anderen Richtung, wenn der Terraner anfängt mit Proxy-Rex, Proxy-Reaper funktioniert teilweise und Proxy-Marine auch mit Bunker. Ist aber nicht ganz so erfolgreich wie gegen Sorg. Aber sieht man auch quasi nie. Und nicht mehr. Es gab eine Zeit lang, da war Terraner-Proxy voll am Start. Sto-Rex-Proxy ständig gezündet. Aber inzwischen ist das alles sehr, sehr normalisiert. Und wir haben wieder einen Fighter-Council und einen Proxy-Pylon hier verholiert. Jetzt dieses Mal DTs Proxy einfach vom Pylon raus. Wenn der Reaper versucht, er noch Kills zu finden, bisher hat er noch keinen, wird jetzt noch weiter vom Stalk gejagt. Der Depp wartet unten. Und der Reaper, er versucht seinem Schicksal zu entfliehen. Und er wird das... Nein, hat er das Twilight-Council gesehen? Ich glaube nicht mal. Ne, er hat das Twilight gar nicht gesehen. Das heißt, Chaos weiß gar nichts vom Tag, den Holiath hier spielt. Und Holiath hat hier eben bereits den Pylon fertig. Und da kommt eine Robo mit dazu. Wofür ist sein Proxy-Pylon? Wenn er gerade keinen Wespin-Gas erforscht, direkt Blink. Okay, mit Chrono-Boost drauf. Also diesmal gibt es eine andere Gangart, aber auf jeden Fall wird es auch wieder aggressiv von Holiath. Hat er keine Lust zu Hause zu sitzen und zu chillen, sondern er will den Terran aktiv angreifen. Und bei dem haben wir Widow-Minds, Doppel-Barracks und auch wieder ein Star-Port. Das könnte also wieder ein Marine-Widow-Mind-Drop werden. Das Gegen-Stalker ist ein bisschen gefährlich. Wenn die Stalker den halt winden, wenn der jetzt irgendwie gerade hier rausfliegt, dann gibt es da einfach einmal den Blink drauf und dann ist das Medivac mit zusammen den Einheiten down und dann sieht das für den Terran ja ziemlich google aus. Der Abtier kommt erstmal nicht rein gegen den Bunker, hat den Shade aber noch am Laufen. Wird aber von der Wall geblockt. Hier erst dann wird erforscht. Und die erste Widow-Mind ist da. Da kann jetzt auch ein Medivac produziert werden. Und eine weitere Widow-Mind. Ich weiß gerade noch, dass Vespin-Gas dafür fehlt. Aber da kommt eben die zweite Racks online. Und hier ist jetzt das Gate mit dran. Damit ist das auch ein schneller Warp-In-Pfeilen. Schneller Warp-In-Spot. Ja, das sind die Robo. Ist auch weiter. Da kommt noch ein Observer mit dazu für High-Ground-Vision. Das heißt, der braucht gar kein Warp. Das muss auch einfach hier reinwarpen und dann mit dem Observer einfach in die Mainbase reinspringen. Ja, das haben wir ein Missile-Turret unterwegs. Und ja, Blink plus 1. Stim plus 1. Blink. Braucht gar nicht mal mehr lange. Die Wall vorne wird gesehen. Und tatsächlich, der ist noch außerhalb der Reichweite. Aber die Stalker sammelt sich eben hier bereits. Und das ist jetzt genau das. Oh, das. Nein. Nein. Oh nein, Chaos. Oh nein. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Oh, das ist jetzt so. Das ist halt. Ja, das waren. Das war 75% von Chaos Army Supply. Und er hat nichts dafür bekommen. Und er ist das Maddie weg, ist down. Seine Widder-Mind sind down. Da kommt ein Notfall-Bunker. Da beginnt Marauder-Produktion. Aber Blink ist fertig. Observer ist da. Und ich... Also... Ich weiß nicht. Kann Chaos hier wirklich eine magische Defense rauszaubern? Ich sehe es gerade nicht, weil einfach gerade schon zu viel verloren wurde. Und er hat auch keine Info von dem ganzen Go-HT. Man sieht, die SUVs waren direkt mit reingezogen. Die ersten SUVs sterben. Die Stalker können jetzt ganz entspannt die Rampe runterblinken. Bis der letzte Stalker Ja, sie brauchen gar keinen Stalker oben. Denn die wischen sowieso dann. Die blinken sogar nach vorne auf den Marauder. Marauder ist down. SUVs zu 12 bereits weg. Das ist ein... Ja... An der Serie hatte Chaos nicht viel Spaß. Aber... Gut. Ich glaube auch der MMA-Unterschied zwischen den beiden ist ein... Ein gutes Stück. Holyed ist ja durchaus stark unterwegs. Und somit macht Holyed das mit einem relativ schnellen 2 zu 0. Von DT-Blink into Normal-Blink mit den Stalkern. Und eben der glückliche Snipe auf das Medivac. Das war halt echt bitteres Timing für den Terraner. Dass das Medivac genau über die Stalker fliegt. Und halt dann sofort down ist mitsamt Inhalt. Und da gar nichts erzielen kann. Das ist schon... Ja, ein bisschen schade gelaufen für Chaos. Aber... So ist es manchmal. Damit Ende dieser Cast. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao.